Das hier ist Tyson, der kleine Ceratosaurus. Dieser ist gerade mit seiner Schwester Chiara in einer Höhle unterwegs und die beiden müssen eine Klippe überqueren, um an ihr Ziel zu gelangen. Chiara hat allerdings Höhenangst und ist deshalb ein wenig zögerlich. Und dann spüren die beiden auf einmal ein Vibrieren unter ihren Füßen. Oh nein, wir müssen schnell zu unserer Schwester. Das sieht nicht gut aus. Das hier ist übrigens Tyson, der Ceratosaurus. Und das da auf dem Boden, das war Chiara, die Schwester von Tyson. Aber so wie es aussieht, ist Tyson jetzt wieder ganz auf sich allein gestellt. Und er kann jetzt hier auch gar nicht lange trauern, weil er einfach sehr hungrig ist. Deswegen müssen wir jetzt auch weiterziehen. Und Tyson ist ein Kannibale, also er könnte Chiara essen, aber... Ne, so weit lassen wir es nicht kommen. Ruhe und Frieden, Chiara. Ich hoffe, wir schaffen es alleine. Jetzt aber schnell hier weg. Wir brauchen dringend Nahrung. Da hinten ist es passiert, in der Höhle. Oh, da läuft irgendwas Kleines. Irgendwas ist da vor uns. Ich glaube, das sind Kompis. Aber warum sind hier Kompis? Das ist ja schon mal gut. Aber das heißt doch, dass hier irgendwo fressen sein muss. Vielleicht gehen die zu dem Kadaver von unserer Schwester. Nehmen wir alles mit. Gehört leider nicht zur Diät. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Hauptsache, wir überleben erstmal. Der Cerato ist halt auch echt sehr interessant, weil der kann halt auch Knochen essen für die Diät. Deswegen sind sogar alte Kadaver sehr, sehr gut für den. Vielleicht finden wir ja so ein riesiges Skelett. Das wäre super. Ihr seid die Besten. Oh, hier ist endlich das Ende. Endlich wieder eine freie Fläche. Wird jetzt erstmal nach Nahrung schnuppern. Oh, hier ist richtig viel. Ist alles voll. Gehe erstmal zu diesen drei Pünktchen hin. Und ansonsten, die Knochen sind auch gut für uns. Die bringen uns halt auch Diät. Ich hoffe, das ist sicher da. Weil ich glaube, das ist hier eine sehr gefährliche Gegend, wo wir gerade sind. Können wir das schon mal auffüllen? Wäre natürlich ideal, wenn wir ja alle drei verschiedenen Diäten hätten. So, mehr mache ich jetzt auch nicht. Und ansonsten würde ich halt versuchen, jetzt zu den Knochen zu kommen. Weil ich glaube, die Knochen würden uns perfekt auffüllen, wenn wir davon mehrere essen. Oder halt, wenn wir ein großes Skelett finden. Das wäre auch gut. Oh, der ist auch im Wasser. Sowas ärgerliches. Hier sind wieder die großen Abdrücke. Was sind denn das für Abdrücke? Sind das Stegos? Die sehen so abgerundet aus. Ich glaube, das sind Stego-Abdrücke. Vor Stegos habe ich halt jetzt nicht so Angst. Ich habe halt eher Angst vor Kanus. Und andere Ceratus sind auch gefährlich, weil... Das sind halt Kannibalen. Und dann kann es halt gut sein, dass die mich essen. Gerade wenn sie hungrig sind. Ah, guck mal, da ist der Stego, von dem die Fußspuren wahrscheinlich kommen. Und da werden Kräulen. Die brauchen wir gerade nicht. Aber das sind halt auch Knochen und sowas. Ich werde versuchen, dem Stego zu folgen. Und dann so von Busch zu Busch mich zu den Knochen zu bewegen. Es ist halt super riskant. Na, da vorne ist die Hölle los. Da sind Tenus und alles. Aber hier ist halt immer viel los. Das ist halt der Raptor-Felsen. Ich bezweifle halt irgendwie, dass ich zu den Skeletten oder den Knochen komme. Das ist bestimmt alles da in dem Bereich, wo es halt schon gefährlich ist. Aber ich muss es probieren. Da vorne liegt unser Stego. Aber hier sind halt auch andere Ceratus. Soll ich es probieren? Mich mit dem anzufreunden? Ich probiere es. Okay, wir haben einen Freund gefunden, so wie es aussieht. Sehr gut, wir sind nicht mehr allein. Jetzt fangen wir auch an zu würgen. Ich probiere es jetzt einfach. Oh ne, Kano. Ich probiere es doch nicht. Gott, hier sind überall Steps. Das hier vor uns ist auch ein totes Krog. Vielleicht kann ich es da versuchen. Ich höre halt direkt Steps vor mir. Ich esse mal. Sehr schön, das haben wir voll. Hier sind überall Schritte. Aber hier sind auch noch andere Ceratus. Gott, diese Steps. Da vorne wäre noch die dritte Diät. Ich glaube, ich probiere es da hinzukommen. Aber da ist halt auch gerade ein Krog. Und das schnappt auch. Und da ist auch der Kano. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Können wir dem Kano vertrauen? Wer ist denn das mal hier? Oh, jetzt haben wir die falsche Diät bekommen. Wie gemein. Na egal, ärgerlich. Aber jetzt sind voll viele Ceratus. Das ist echt gut. Okay, jetzt haben wir eine Vierergruppe schon. Sehr, sehr schön. Risikoreich, aber sehr gut. Ich werde jetzt hier nochmal versuchen, das andere S aufzufüllen dann einfach. Und dann ist die Diät auch okay. Oh Gott. Was will denn der Tenor? Der kreift uns an. Und doch nur schnell das S auffüllen. So ein gemeiner. Oh, das ist noch ein Tenor. Ich gehe mal lieber mit den anderen beiden. Oh. Ich glaube, das mit dem S wird nix. Wir können den ja einfach Bakterien inserieren. Geht direkt der erste Fight los, obwohl wir noch klein sind. Oh, ich glaube, ich habe unser Maid getroffen. Sehr gut. Jetzt greifen die Stegos auch noch mit an. Bei Tenor ist auch noch am Start hier. Guckt euch das an. Das ist halt kein Fight, den wir fighten sollten. Ja, wir sollten gehen. Das ist halt ärgerlich mit der Diät. Aber was soll man machen? Immerhin haben wir jetzt so schnell eine Familie gefunden, was ich sehr gut finde. Jetzt haben wir natürlich unsere Mates verloren. Oh, wir werden gleich gegrowt. Oha. Okay. Und da sind wir groß. So schnell geht's. Das war natürlich jetzt praktisch. Ich meine, an sich mag ich ja immer diese Phase, wo man wächst. Aber warum sollten wir es nicht mitnehmen? Weil das große Problem ist natürlich jetzt, dass alle anderen auch groß sind. Und das könnte hart werden. Aber unser Trinken ist jetzt auch wieder aufgefüllt. Praktisch. Oh, da sind zwei große Crocs. Hier auch überall Raptoren. Meint ihr, ich kann die Crocs da runter baiten? Dass die runterfallen? Wäre schon lustig, oder? Ja. Ich glaube nicht, dass die zu mir kommen. Die entspannen sich da einfach ein bisschen. Aber er nickt zurück. War süß. Noch sind sie süß. Sobald ich trinke, schnappen sie mich. Oh, da vorne läuft was. Versuch's mal zu kriegen. Ich glaube, das ist ein Raptor oder so. Ich bin auch wieder sehr hungrig. Das wäre echt gut, wenn wir es schaffen. Wow, der springt da runter. Okay. Hat er gerade noch gesehen. Ärgerlich. Zum Glück konnte ich mir erst mal wieder den Magen vollschlagen mit ein paar Kadavern, die bereits auf dem Boden lagen. Und dann hatte ich einen Karnotaurus aus der Ferne beobachtet. Dafür stand ich hinter diesem Baum. Oh, Karnotaurus, komm. Oh, Karnotaurus, komm. Ja, die verfolge mich. Ja, versuch's mich einzuholen. Den haben wir gut gebissen. Jetzt sind's mehrere. Sind in der Überzahl. Oh Gott. Oh nein, sie haben mich. Ah, dass das so viele sind, ist halt bitter. Sehr, sehr ärgerlich. Ich hab an dieser Stelle natürlich noch nicht aufgegeben und hab's dann nochmal versucht und bin in dieser Situation hier gelandet. Das Ganze ist wie folgt entstanden. Das hab ich leider nicht auf Aufnahme. Ich bin feuchtfröhlich und sehr hungrig in Richtung von einem Knochenlaufen und bin dann leider die Klippe runtergestürzt. Aber das Interessante war, oder das Lustige war, dass ich direkt vor die Augen von dieser Cerato-Gruppe gestürzt bin und die haben mich freundlicherweise dann adoptiert, was total süß war. Und ich hatte sogar noch krasseres Glück, denn dann kam diese Server-Nachricht. Das heißt, ich wurde in kürzester Zeit hier wieder auf 100% Wachstum gegrowt. Und das Schönste daran ist natürlich, dass wir diesmal auch einen Brudel hatten, mit dem wir gemeinsam kämpfen konnten. Weil alleine habt ihr davon gesehen, das ist ganz schön schwierig, wenn die anderen da in Überzahl sind. Und dann haben wir auch noch einen Brudel. Das hier ist einfach genau der Ort, wo unsere Schwester gestorben ist und wo alles begonnen hat. Und jetzt bin ich wieder hier mit meiner neuen Familie. Es ist übrigens so, dass nach diesen Grows auf den Servern immer die Leute sehr in Kampfstimmung sind. Und dann schreien auch immer alle, um andere anzulocken, um dann zu kämpfen. Und genau das haben wir auch gemacht. Allerdings hatten wir versucht, eine kleine Falle zu stellen. Insgesamt waren wir ja zu viert. Drei von uns haben sich links und rechts in den Büschen versteckt. Und einer hat sich in die Mitte gestellt und laut geschrien. So sollten mögliche Angreifer halt denken, sie wären in Überzahl. Und dann konnten wir von beiden Seiten aus dem Nichts zuschlagen. Aber der Plan ist leider auch nicht ganz so aufgegangen, wie wir es uns erhofft hatten. Oh, da ist noch einer runtergefallen. Drei Kanus sind hier, okay. Okay. Okay, ein Kanu kommt runter, zu uns. Da kommt der Kanu. Oh, oh. Da kommt richtig was. Oh, oh. Oh, oh. Was ist denn da los? Oh Gott, ich verstehe es nicht. Wir sollten rennen. Ja, die Kanus waren dann leider in der Überzahl und deswegen mussten wir fliehen. Nachdem wir eine ganze Weile gewandert sind, waren wir dann wieder im südlichen Teil der Grate. Und dort hatten wir dann auch endlich was zu fressen gefunden. Oh. Okay, wir gehen mal essen. Okay, wir gehen mal essen. Möge das große Schlemmbeginn. Oh, da ist ein Krog. Und auch Tenus. Okay. Sehr chaotisch hier gerade alles. Ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren, wer hier zu wem gehört. Kein Plan. Oh, wir haben Food. Ich bin uns einfach hergekickt. Jetzt fliegt es wieder weg. Der hat das geklaut, oder? Voll gut. Tja, Krogs, da guckt ihr. Ich glaube, die wollen noch mehr Food für uns klauen. Aber die Tenus und Krogs wollen uns da nicht ranlassen. Oh, das Krog greift an. Oha. Ich komme mit dem Spektakel erstmal an. ... ... ... Oh, da ist einer down. Oh nein. Noch mal ein bisschen reinbeißen. Ich glaube, wir sollten verschwinden, oder? Es war dann wieder ein Server-Restart. Das heißt, wir hatten wieder unsere Gruppe verloren und es haben sich leider auch nicht mehr eingeloggt danach. Also wir waren dann irgendwie ein paar weniger. Ich glaube, nur noch ein anderer großer und ein paar andere kleine. Und wenn das neue Namen sind und so, wundert euch nicht. Das fällt alles so ein bisschen durcheinander mit dem Server-Restart. Oha, der Pachy. Er macht mit. Jawohl. Wo ist er hin? Ach, das ist auch ein Pachy. Wir sind wieder Bing und Bong. 2.0. Einfach so random bei uns. Sehr süß. Das da vorne würde ich ja gerne mitnehmen, aber ich glaube, das ist sehr gefährlich. Es hat nicht wie tief das Wasser hier ist. Oh Gott, Beep. Nein, Beep. Ich glaube, das war es mit Beep. Da wollte er zu viel. Lebt wohl, Beep. Er hat sowieso die ganze Zeit so Risiko am Wasser gemacht. Das habe ich auch nicht verstanden. Da hätte ich ihm aber auch nicht helfen können. Wäre ich hinterher gesprungen, wäre ich auch gestorben. Da sind so viele Crocs drin. Aber erstmal soll der Kleine was essen. Der Joey. G.I. Genau, das ist wichtiger, dass der erst mal einen vollen Magen hat. Wegen seinen Diäten, damit er schneller wächst. Knochen esse ich aber auch noch mit. Die sind ja immer nice für die Diäten. Ach, jetzt haben wir dreimal es. Hallo, du Kleiner. Du bist ja feuerrot. Aber süß bist du. Kleiner Teufel, du. Oh, was faucht er? Was ist los, Kleiner? Habe ich jetzt noch ein Baby adoptiert? Alles random Babys. Guck mal, da sind Stegos. Was ist das denn? Ach, das ist ein Trodon, glaube ich, ne? Okay. Der kleine Teufel Kano hat ihn einfach umgerammt. Den Wätzchen eins gegen eins, oder was? Oh, der Pachi. Der haut den Teufel. Streit geschlichtet. Streit geschlichtet. Sehr gut. Wir können auch alle eine große Familie sein. Mensch. Seid friedlich zueinander. Das hat halt wirklich geklappt mit der Streitschlichtung. Gut gemacht. Oh, da vorne wird gefightet. Croc ist gegen Stegos. Oh, das Croc kassiert richtig. Das Croc geht an Land. Das wird von dem anderen Croc gechased. Oh Gott. Das wurde umgebracht. Was geht denn hier ab? Hier sind die seltsamsten Freundschaften gerade. Das ist ja hier eine sehr, sehr nette Familie. Ganz wild durcheinandergewürfelt. Aber irgendwie enjoy ich das gerade. Auch wenn dieses Mixpacking eigentlich echt weird ist. Aber das ist gerade eine sehr schöne Stimmung hier. Oh nein. Nicht im Ernst. Ach komm. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Und schreibt jetzt auch gerne mal in die Kommentare, welchen von diesen Dinosauriern ihr zunächst sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.